Wer ist das? Das ist mein Gehaltsverhandlungsübersetzer. Okay, Jana. Ich habe mir deinen Vorschlag jetzt mal angesehen. Das wäre schon ein ganz schöner Gehaltssprung. Das ist eine total bescheidene Summe, aber ich gebe dir erstmal das Gefühl, dass du kackfrech bist. Und ganz ehrlich, so wie das da steht, das wäre den anderen gegenüber auch nicht ganz fair. Jetzt mache ich das Gehalt deiner Kollegen zum Maßstab für deinen Verdienst. Das hat zwar überhaupt nichts miteinander zu tun, aber schäm dich trotzdem. Ich mache einen guten Vorschlag. Aber ich mache den beschissenen Vorschlag. Ich befördere dich zum Senior. Du kriegst zwar nicht mehr Geld, aber ich gebe dir einfach einen neuen Titel und nenne es Beförderung, weil ich dich für so blöd halte, dass du dich tatsächlich darüber freust. Äh, ich glaube, ich schaue mich lieber nochmal woanders um. Jetzt warte doch mal. Ich mag deinen Drive. Du kriegst das Geld. Aber das musst du dann auch wieder einspielen. Ab jetzt will ich von dir 120 Prozent sehen. Alles klar? Bitte, bitte geh nicht! Oh mein Gott, ohne dich läuft der Laden überhaupt nicht. Ich lasse mich nicht alleine. Bitte geh nicht! Fuck!